Alle mal herhören, wir werden eine Reise machen. Wo gehen wir hin? Wann fahren wir los? Wir werden euch alles erzählen. Wartet einfach einen Moment und hört zu. Wir gehen auf die Inseln. Wow, da wollte ich schon immer hingehen. Wie werden wir da hinkommen? Wir werden in zwei Wochen abreisen und wir fliegen hin. Wir haben die Flugtickets und wir werden zum Flughafen fahren. Wir fliegen hin und dann nehmen wir einen Inselbus zum Hotel. Sobald wir dort sind, könnt ihr Fahrräder mieten und die Insel erkunden. Ich glaube, ich habe gelesen, dass man auch Roller mieten kann. Das wird ein Riesenspaß. Wie lange werden wir bleiben? Hey, können wir auch die anderen Inseln besuchen? Wir werden zehn Tage bleiben. Ich denke, da gibt es Fähren zu den anderen Inseln. Tom, warum recherchierst du das nicht über das Internet? Tom, warum recherchierst du nicht, welche Sehenswürdigkeiten es gibt und was wir unternehmen können, während wir dort sind? Fikretun jayda. Sali, lima la tabhathina an il ashya elati yumkinu röyatuhha wa fiiluha bainama nachnuhunaak? Mama, Papa, ich habe ein paar wirklich lustige Sachen gefunden, die wir unternehmen können, während wir dort sind. Ummi, abi, laqad wajattu asyaa haqqan musalliyah yumkinu fiiluha wa nahnuhunaak? Ausgezeichnet. Was hast du herausgefunden? Mumtaz, mada wajatti? Es gibt ein gutes historisches Museum in der Stadt. Außerdem gibt es einen einzigartigen Leuchtturm. Sie befinden sich nahe genoog an unserem Hotel, um sie mit unseren Fahrrädern zu erreichen. Hunaaka mutchafu tarichin jayet fiilbelda. Hunaaka aydan manara tun fariidatun min nauiha. Inna huma qariban kifaya min fundukina, bichaythu yumkinu nan rukubu ala adderraajat. Und in der Nähe unseres Strandes liegte eine Lagune mit einer Höhle. Man kann sie allerdings nur mit dem Kajak oder schwimmend erreichen. Wa aydan bil kurbi min shatiina hunaka buchayra ma' kaf. Wa lakin yumkinu lwusul ileyhima faqat an tariqi qaribil kajak au sibaha. Vielleicht versuche ich mit dem Kajak dorthin zu kommen. Mir gefällt die Idee, dass wir die Insel mit den Rädern abfahren können. Tom, was hast du herausgefunden? Man kann die meisten anderen Inseln mit der Fähre erreichen. Die meisten sind zweimal am Tag in Betrieb. Yumkinu lwusul ila aghlebil juzuri lukhra bil abbara. Moazamuha dümna lkhidma marratain fil yawm. Manche von ihnen kann man auch über kurze Flüge erreichen. Oder sogar Boote dafür mieten. Hatta anna ba'daha ladaihi rihlatu tayran qasira. Wa yumkin hatta istiijaril qawarib. Großartig! Vielen Dank, Kinder! Habt ihr alles gepackt? Wir haben morgen früh nämlich eine lange Fahrt zum Flughafen vor uns. Rai' Shukran jazilan, ya awlaad! Hal hazamtum kulla shay? Lianna ladeyna rihlatan towila bil seiyara ila almotari gadan sabachan. Hab ich! Mit welchem auto fahren wir? Ana fa'alt! Eie seiyara senequood? Wir nehmen das größere. Ich denke wir brauchen zusätzlichen Raum für Sallies ganze Koffer. Sauf nachudu seiyara talakbar. Ahtakidu anna sa nehtaju ila almazidi minal misaha li kulli haqaibi salli. Hey! Ich habe meinen Lernführerschein. Darf ich uns zum Flughafen fahren? Inna ladeyya rukhsata almutakallim. Hal astatiuu an akuda seiyara ta bina ila almotar? Nein! La! Vielen Dank.